Hallo, du hast die Laura, ich bin gerade in Kölz. Ich lege euch keine Zeit vor, meldet euch an bei der Bike Challenge App unter bikechallenge.tirol und drückt innerhalb von zehn Sekunden auf Start und gebt alles was ihr habt. Viel Spaß und allem Volle. Jetzt noch schnell den QR-Code kennen, dann hat man es geschafft. Jawohl, ich will die Zeit online stellen. Meine Zeit ist 29.50 Uhr. Schaffst du das?